So, moin moin und willkommen zurück. Weitere Folge mit Cuphead. Wir spielen immer noch das neue DLC, worauf wir ein paar jährlich auch gewartet haben. Und haben das letzte Mal hier den Gnomen, äh, wie heißt das Ding? Gnomen-Dings gemacht hier. Kein bisschen gnomisch. Und ich sehe, dass hier wieder eine Leiter ist. Lass uns lieber benutzen. Königssprung. Können wir auf jeden Fall in Aufgabe 5 reingehen. Guck mal rein. Gib dir mal Kohle bei ihm. Was ich ganz nett finde. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Oh. Schießt an. Schau, was wir hier hinten kommen. War so leicht. Mist. Okay. Aber, oh, ich bin schon recht weit gekommen dafür, dass ich ganz gut bin. Gut. Schauen wir mal. Oh. Oh. Ach, scheiße. Ach, jetzt habe ich wieder mehr von mir hingeschossen. Okay, guillotine. Oh nein, das ist ja richtig dumm. Oh, komm schon. Oh, magste nicht, ne? Oh, ich auch nicht. Ich triff es mal jetzt aber nicht. Oh! Oh, verdammte Axt. Wer sind wir gekommen? Okay, ein paar Mal müssen wir es aushalten. Die Brawl ist surely brewing. You're up! Oh! Ah, das muss ich irgendwie anders lösen hier. Wenn wir andere Taktik haben. Here goes! Oh! 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 Achso! dann klappt das natürlich nicht. Gut. Oh, da kommt es hier drauf. Ach, Mann. Ach, komm schon. Oh, das ist schon irgendwie hart, das Ding. Aber na gut. Krass, einige Sachen denkt man sich so. Ist eigentlich ganz leicht, aber... Oh, Mist. Oh, Mist. Aufgepasst. Oh. Oh. Oh, Alter. Nerviger Typ. Also, gar nicht zu schwer. So schwer, aber nervig. Definitiv nervig. Nach diesem glorreichen Sieg erwartet euch große Reichtum. Und nun fortet man euch. Ja. Klar. Oh, sonst würde er nicht mehr sehen. Der Affe. Das sieht aus wie ein Eispalast. Guck mal, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Das ist ein Kaktus. Kann ich den drehen? Puh, habe ich dich erschreckt? Ich liebe nichts mehr als gruselige Geistergeschichten im Lagerfeuer. Ich habe gehört, dass ein Geistermädchen die Bösewichte hier zur Strecke bringen soll. Ich denke, ich werde ihre Taten mit eigenen Augen verfolgen. Ich würde zu gern die Geschichte vom verzilgten Gemüse erzählen. Oh, was das ist? Tote werfen keine Schatten. Gehen wir mal rein. Oh, das sieht richtig cool aus. Oh, geil. Ein Flugzeuglevel. Ich habe nicht mehr gehabt. Okay. Ich soll jetzt mal reinkommen hier. Das ist kein voller Zauber. Komm rein in meinen Zauber. Ach, das ist doch auch von hinten. Heizte, heizte Witzka. Ja, das wird schon hart. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das muss doch zu schaffen sein. Dumme Kuh. Oh. Na, gleich mal. Okay. Okay. Oh, diese Blöde. Alter. Hier hat aber auch... Oh, jetzt. Okay. Oh, was macht die jetzt da? Oh, was ist das? Die saugt hier die ganze Kohle ein. Warte, ich habe einen super Turbobus. Schuss. Boom. Hat das ein bisschen geholfen bei ihr? Oh. Oh, das ist echt nicht so leicht. Die sind... Die fliegt ja alles durcheinander. Oh. Was ist das jetzt? Oh, eine Kuh. Oh, die schmeißt mit Fleisch. Oh. Oh, fuck. Da kann ich noch mal eine Bombe geben. Okay. Jetzt gibt es Spam. Oh. Oh, fuck. Kann wahrscheinlich nur durch dieses... Da durch, ne? Ja, okay. Oh. Oh, fuck. Hier, dicht immerhin dran. Alter, das war fast das Ende, ne? Das war fast das Ende. Okay, weiter. Das ist eine dumme Kohle, ey. Oh, jetzt bin ich getroffen worden. Oh, warte mal. Warte mal. Ah, das bringt nichts. Ich muss ja schon ein bisschen Leben reingehen. Ein bisschen Leben rauskommen. Oh, schon wieder. Man muss auf alles aufpassen hier. Auf alles aufpassen. So. Oh, hier ist auch gemein. Okay, jetzt kommt der Sauger. Oh. Ja, braucht nicht so viel, ne? Okay. Ah, es kommt das Schweineding, ne? Oh. Oh, fuck. Der ist echt gar nicht mal so ohne. Mmh. Ach, Mist. Ach, Mist. Ach, komm, schau mal. Das Saugen geht eigentlich noch. Das wird gleich bloß gemeint, finde ich. Ja, das wird ordentlich was bekommen von uns. Oh, das ist schon kurz vor Ende, ne? Oh, das ist schon mal. 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 Okay, dann wird ja mal besser von Fall zu Fall, aber trotzdem ist das ganz schön ätzend hier. Oh, das wurde klar. Ich hasse, das ist das Schwerste hier, finde ich. So, jetzt haben wir noch das Spam. Mal gucken, wie weit wir da durchkommen. Oh, Mist. Oh, wir haben es geschafft. So, die Kuh ist dahin. Sehr gut, sehr gut. Uiuiui. Ah, das tut gut. B-. Ein A sogar, ein brandneuer Rekord. Wie cool war das denn? Sehr gut, sehr gut. Oh, guck mal, ich hätte ja den TP-Bonus noch holen können, aber sonst schon nicht schlecht. Gut. Ja, Leute, das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Oh, was ist das? Du hast Wüstenzitrone erhalten. Okay. Ja, bis dahin. Tschüss. Sitzschussschussschussschussschussschussschussschrt Sitzschussschussschussschusssch Unders zap错 dich für die Zag Arena. Wie ganz alt ist. Ich basse gerne mit sich auf dem скadern.